Ich weiß nicht, dass der Backofen schon jetzt Licht kriegt, wenn er an ist. Echt? Also nicht drauf geachtet, ey. Sondern Details. Ich auch nicht, deswegen können wir das ja hart auf. Ja. High Definition Minecraft. Oh yeah. Oh ja, das ist sowieso der Wahnsinn. Absoluter Overshit. Oh, hier ist er, ach ja, ist er da auch so, alles klar. Du Spilling. Guck mal, du musst die, wir müssen die Truhe hier eigentlich mal wegbringen. Guck mal, die eine Seite können wir abkloppen hier. Die brauchen wir nicht mehr. So. Aber nehmt mir Treppe auch einen Graben, sonst ist das Wasser zu hoch, sagt er. Nö, finde ich nicht. Ich finde das gut so. Ja, stimmt. Ich finde das, ich finde das auch zu hoch. Was sagt ihr? Hier, JR, Blazy, Yannick. Moment, ich muss mal schaffen. Wenn wir es jetzt, wenn wir es jetzt noch tiefer machen, dann ist es zu tief. Ja, aber so sieht es unrealistisch aus, weil es hier wieder über die Kante steht, weißt? Dann müsst ihr eigentlich nicht hierüber rechts rüberfließen, aber macht es ja auch nicht. Hallo Mönchchen. Was machen wir denn? Oh, Sand. Hier, hier an der Treppe, siehst du, dass das Wasser zu hoch ist hier, dass es noch ein tiefer ist. Ne, wenn wir es noch ein tiefer machen, weil es sieht ein bisschen unrealistisch aus. Naja, deswegen. Das meint der Mojo ja auch. Ja. Würde ich mal so sagen. Dann machen wir, warte mal, ich bringe das erst mal, ja, ich habe es doch nur weg gemacht. Spargel. 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 So. Wir kommen in Spargels Hochschau. So, dann muss das hier jetzt schon mal ein tiefer gehen am besten. Sieht super aus. So, jetzt könntest du eigentlich wieder was am Marsch machen, wa? Spargel. Hallo? Ja. Spargel. Wie bitte? Spargel redet nicht mehr mit mir. Eingeschlafen. Er bewegt sich auch nicht mehr. Spargel. Oh nein, ich schüchte es vor. Blau Nippel. Blau Nippel. Was ist los? Nippel reichen. Spargel. Warum sagt er jetzt nichts mehr? Wo ist er denn eigentlich schlafen? Telefon? Kann sein. Hier muss nur einer hin. So. So, besser? Ne, bist du grad irgendwo in der Nähe? In welcher Nähe? Von was? Da wo du bist? Mhm. Warte mal, ich komme mal. Guck mal an J.R., jetzt ist es ein tiefer. Sieh runter. Spargel. Das sieht auch blöd aus, weil das da oben von so... Oben müsste es erst höher sein und dann müsste es erst tiefer gehen. Spargel, wo bist du? Hier. Wieso sagst du nichts mehr? Ich habe mir gerade was essen geholt. Entschuldige bitte, ich habe Hunger ab. Ja, sag doch Wart. Wir reden die ganze Zeit mit dir hier. Dann vermissen wir dich. So, warte mal, das noch weg wieder. Oh, wir müssen das noch mal neu abfließen lassen einmal. Sieht denn das jetzt von oben? Ich muss das erstmal nochmal kurz weg machen, weil das jetzt wieder falsch geflossen ist. Paul hat eben auch geschrieben besser. So, weißt. Verstehen Sie? Ah, unfassbar, wa? Ja. Ich lasse es gerade auf mich wirken. Alles klar. Ja, ich auch. Ich finde es gut. Ja, wir müssen uns das einfallen lassen hier mit der Ecke. Ja, das stimmt. Besser als vorher. Mir ist da ein Enderman gespawnt. Töte ihn. Ich würde sagen, wir machen den Lapis und den Kohleblock machen wir weg und ersetzen uns durch Sandstein. Ja, das sieht es uns auch doof aus. Oder mit Sand. Einfach normal mit Sand. So wie es daneben auch ist. Ach ja. Oder mit Sandstein. Warte mal. Sandstein. Warte mal. Hast du eine Rüstung? Ich hab ne Hose. Ich hab ne Hose. Ich hab ne Hose. Gar keine Rüste. Ich komm mal auf. Ach gut, das ist die Blechung. So, ne? Spargel. Da unten auch noch, ne? Oder? Ne, so wie es hier um die Ecke kommt. Guck, hier ist überall so. Guck, hier ist überall so. Ach so. Dass das fortgesetzt wird. Oder? Wir müssen hier irgendwie den Übergang hier noch ein bisschen machen, ne? Zum Weg. Auf. Nach da hinten. Jetzt sterben sie durch, Enderman. Pass mal auf. So. Oder durcheinander. Das kann aufrechnen. Ist das jetzt gleichmäßig? Ich weiß es nicht. Wie ist denn da auf der anderen Seite? Nee, warte mal. Nee, warte mal. So. Mit mir? Ah, da sieht irgendwie komisch aus. Ich finds gut sagt der Mojo. Ohne Rüstung ist es immer ziemlich kritisch. Leine da irgendwas zu reißen. Ja. Das ist zu hoch hier auf jeden Fall. Dann müsste das da hier schon runter gehen wahrscheinlich. Und hier kann das dann weg noch. So, dann hau ich die beiden hier wieder weg. Wo sind jetzt der andere Sandstein? Money! Okay. Ich hab keinen mehr. Ich muss ja bei zwei bauen. So. So. Kohleblock. So. Hast du sonst schon? Ah! So. Kann nicht zu. Ist das jetzt gleichmäßig mit der Abstufung hier alles? Ich glaube, ne? Eigentlich schon, ja. Setz mal was da rein, dann sehen wir das ja, wie so viel oben aussieht. So. Wenn das gleichmäßig fließt, dann passt das ja. Wir müssen es jetzt nur wieder künstlich verlängern, ne? Ja. Fließt es jetzt ordentlich? Es kommt runter, ja. Und es genau so weit fließt wie das andere? Dann ist das gleich, ja. Sieht gut aus. So. Jetzt müssen wir es unten noch künstlich verlängern. Ich muss noch was essen langsam. Ne Bämme. So. Jo. So sieht auch gut aus, oder? Spargel bist du mit einverstanden? Ich bin damit einverstanden, ja. Bist du denn immer noch der Meinung, dass viele Köche den Bereich verderben? Oder ihn sogar noch verbessern? Ich mach es mal hier. Warte mal. Ich mach mal schnell einen Graben hier. Oh, was mach ich denn hier? Bescheuert. Du bist bekloppt. 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 Tralalala. Tralalala. Voll auf den Kopf. Bist du bekloppt. Wie weit wissen das für Länge? Bis vorne hin, ja. Ja klar. Das ist nicht mehr fließt, ne? Klauen wir hier was? Na. Nimm doch Wasser hier jetzt. Hier stimmt ich was nicht. Ne, das ist falsch. Zack. So. Hier vorne stimmt aber noch nicht ganz, ne? Guck mal, hier fliegt das auch einmal wieder zurück. Ja, ja, da muss... Ne, warte mal, warte mal. Haben wir irgendwo noch Wolle? Zack. So. Jetzt. Ich habe noch ganz viel. Hier muss das auch nochmal. Ich brauche das. Ne, ist wichtig. Das ist ein Haus. Ne, ist wichtig. Weißt du wo mein Haus ist? Ja, ja, ich weiß wo dein Haus ist. moto schreibt sieht super aus wenn ich mir da drei ausnehmen doch würde ich mich freuen aber wir müssen noch weiter nach vorne oder aber das bis hier vorne hin machen oder ja wir können das ja nicht wenn wir es bis hier machen nicht abrupt anhalten lassen das ist auch du brauchst nur drei dann mach du mal weiter ich glaube ich bedanke mich bilden wird noch mal nacht jetzt alles fach die wir müssen wieder auf meine hunde wie sie die sind alle wie akku geworden heute wo ich den spinnreiter form stream habe ich ins spinnreiter getötet übrigens wo ich gerade zum bett gerannt bin da war dann spinn ich sie ist ehrlich videoclip speichern könnte ich auch schon dann gehen wir mal nächtigen war ja so sieht das gut aus und dann machen wir hier links und rechts noch so einen weg mit mit den kakteen war oder was auch wieder so in drei abständen kaktien pflanze vielleicht der baum steht jetzt auch ein bisschen blöde die sich der team ist ja die hauen wir die hauen wir weg einfach dach janik hier ist blazes bett ich brauche nach blazes bett bei dir im haus schlafen war ja ich kann gerade nicht schnell laufen und ich bin am fangmann ich hoffe den stream zu schauen die noch dabei sind die fünf stück den geht es gut alles gut drauf ihr habt einen schönen abend 100 im fenster das sieht geil aus von ihr das sieht aber guck mal dass da wo das wasser runter fließt sich von mir ein bisschen komisch auf von an den seiten an den ecken ja das müssen sie dann ein bisschen optisch anpassen mit dem werk da vielleicht den berg aufschütten oder hat ja zumindest ein bisschen das hat nicht mehr so zu sehen ist oder oder wir machen das an den seiten wieder weg was da links was außen ist janik was ist los es ist zehn uhr hast du nicht gesagt 11 ja 10 11 ja der macht bis halb elf rein hier kann eine jarnik einladen jarnik mojo wird so enttäuscht sein wenn du jetzt gehst oder mojo paul auch ich bin so verschissen dazu bringt oder wir müssen paul dazu bringt dass er paul rein hier spar ich immer ich bin immer mal das ganze wasser hier weg ja erwarten ich habe mal kurz runter ich habe hier mal ein bisschen erde dann noch angesetzt gerade gleich ich mache das noch statt fertig ob das sie nicht mehr mit matz der ladung nehme ich an den ecken da die ecken meine ich gar nicht sparen weiß weg die ecke ich meine hier wo ich gerade bin ja da wo ich bin der mode schreibt ja eine traurige smiley paul schreibt ein spar wer macht denn das jetzt sparen kannst wer sind jetzt gerade eingeladen nur noch ein spiel ist ein arti dann bitte genau und dann ein spiel und spiel hat ich hinein so moin paul hast du deine stimme zugelassen machen wir bitte danach dann hau rein spiele spieleinladung ist raus so paul heiße ich dich mal herzlich willkommen herzlich willkommen stream ich hoffe du hast einen wunderschönen abend ich hoffe die geht's gut aber selbstverständlich ich hoffe euch geht's auch gut sehr gut sehr gut 100 da bist ich weiß doch dass du da aufstehen ist irgendwie ist es nicht ganz gleichmäßig in der sparen es muss hier noch einer hin ich habe schon hier siehst du diese ecke wo das wasser jetzt muss man alles wieder wegnehmen das ist blöde wenn das falsch ist muss man alles wieder wegnehmen regt mich auf hier wasser da wieder rein du junge schöne welt gefällt die paul ja bis das auf welchen stream so gesehen habe ja ich komme nicht mal abholen am haupt zu wollen ja spargel machst du weiter versuchst du mal ordentlich zu machen dankeschön so dann renne ich mal zu paul mojo ist paul laut genug im stream und es dazu leise oder zu laut sagt bescheid so leute alles klar jannik ich wünsche dir ein wunder wunder so eine wunder wunder wunderschöne gute nacht dankeschön ja und ich wünsche dass du morgen einen wunderschönen guten morgen hast einen wunderschönen tag 100 fach die ich wünsche ich dir ebenfalls danke dir jannik danke dir diese geheuchelte nettigkeit heute gefällt mir nein ich hab dich doch blieb wir haben sich doch alle du bist doch der beste das bist du wirklich nicht ich werfe ich werfe noch zeit ja bitte vielleicht dave der ehemann und janik der ehefrau ja du bist schon vorbei gerannt oder was ich für mich gar nicht ich sehe gar nicht tschüss Moin paul tschau janik tschau tschau tschüss tschüss Moin paul das ist paul komm mal mit oh ich bin jetzt besitzer der party jetzt darf keiner mehr einkommen Mist wenn manu nachher kommt oh nein money So, Paul, folg mir mal. Du kannst dich erst mal als erstes auf unsere Zuschauerliste eintragen. Okay. Du schreibst einmal was Schönes dazu, deinen Namen dazu. Und dann kannst du dir überlegen, was du machst. Entweder gehst du mit Jaya, baust du mit Jaya irgendwas oder hilfst uns oder baust dein eigenes Haus. Ist alles dir frei überlassen. Wie du möchtest. Ich kann euch auch erst mal irgendwo bei helfen. Was machst du denn gerade, Jaya? Ich baue mein Haus. Ach so. Da kann Paul dir ja vielleicht helfen oder Paul baut sein eigenes Haus daneben. Der kann mir einen Schuppen bauen. Ich baue dir eine Kuppenschuppe. So. Mojo schreibt nichts mehr. Mojo ist auch schon weg oder was? Mojo ist eigentlich schon ab. Mojo, gute Nacht, Mojo. Schlaf gut. Sei wahrscheinlich. So. Ja, so sieht das gut aus. Game Meal Klein. Servus, servus. Herzlich Willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Wollt sein. So. Paul, folge mir. Du wirst gleich den hässlichsten Raum in ganz Minecraft betreten. Ja, alles klar. Ja, alles klar. So. Hier ist unsere Wand für alle, die dabei waren, für die Gäste. Da kannst du irgendwas zu dir schreiben und deinen Namen dann irgendwie dazu. Je nachdem, was du möchtest. Okay. Dann gucke ich mir das mal von dem Gamer-Typ heute an. Aber wie hieß er nochmal? Der Zocker, ne? Der Zocker. 65, 65. Wo ist denn der? Ach hier. P und T. Von Tag 1 dabei. Gezeichnet Zocker. Tag 1 stimmt es vor allem nicht. Nö. Ist nicht Tag 1. Ist Tag 10, 11, 12. Keine Ahnung. 100. Tag 100. 100. Hammerwelt, so eine hätte ich auch gerne. Ja, geh mir auch kleine. Hol die Minecraft, dann bau die so eine Welt. So geil ist die auch nicht. Guck mal, wie hässlich das hier ist. Oh, bis gut. Oder unsere Kontrollhäuschen, das hässliche Ding, ey. Das ist gar nicht mehr so hässlich. Diese Variante geht ja schon mal davor. Ja. Ah, Paul, warte mal, warte mal, Paul. Du kannst nicht abbauen, ich muss die erst Rechte geben. Ja, kann. So, jetzt kannst du, jetzt darfst du. Sehr schön. Sonst hättest du jetzt noch eine ganze Stunde aufs Schild kloppen können, denn es ist super Beschäftigung gehabt hier. Oh, Paul, wie läuft es? Ich baue noch ein Schild ab. Ja, während du schreibst, gucke ich mal ein bisschen aus der Tür raus, dann kann Game.io Klein nochmal ein bisschen so einen Überblick gewinnen. So Klein. Da hinten ist ja noch eine ganze Riesen-Zeug von Manu. Hier bauen wir die Stammzuschauerwand für die Leute, die immer mit dabei sind am Livestreams schauen und auf YouTube. Muss ich Clean Stone brennen? Jo, musst du brennen. Jo. Cobblestone zu Clean Stone. Hat aber in der Kiste. Bei mir auch. Ja, bestimmt nicht so viel. Ah, der Mojo schreibt, kam eben nicht mehr in den Stream. Mojo, wenn du gerade zuhörst, hört man den Paul gut oder ist er zu leise oder zu laut? Game.io Klein schreibt, was haben sie eigentlich alles für Spiele? Kannst du mich du nennen? Du's mich einfach. Ich bin einfach nur ein Arschloch. Was habe ich noch für Spiele? Minecraft, GTA. Das sind meine Hauptspiele, die ich spiele. Die anderen spiele ich zurzeit kaum. Hustle Kings. The Last of Us, Hustle Kings, genau. Was habe ich noch? Wie heißt denn das hier? Oh, Spargel. Was haben wir gezockt? Die Vampire. Drive Club. Drive Club hatte ich. Habe ich nicht mehr. Far Cry 4 habe ich. Far Cry, Metro. Metro, genau. Das andere hier, sag schnell. Wie heißt denn das? Das mit den Vampiren und den Wehrwölfen. Mit der geilen Grafik. Was du immer noch nicht durchgespielt hast, wo du nur noch eine Mission brauchst. Ach, The Order. The Order, genau. The Order. 1886. Ja. Vielleicht noch ein paar mehr Spiele. Ah, die ich eh nicht zurzeit zocke. Ich zocke halt hauptsächlich Minecraft und GTA. Mehr GTA sogar noch als Minecraft. Minecraft hauptsächlich zum Streamen immer. Und Mojo schreibt, von Lautstärke ist Paul gut. So, Paul, hast du die eingetragen schon? Ja, ich gucke mich gerade mal ein bisschen hier um. Jo. Das Haus, was da über der Brücke ist, das hast du ja bestimmt im Stream gesehen, das ist unser Lagerhäuser. Da findest du alle Materialien, falls du was bauen möchtest. Ja. Okay. Und sonst wenn du noch fragen hast, Shea kennt sich ja auch aus, da kann ich Shea aus und uns was zeigen, oder? Ja. Wenn du was brauchst, melde dich. Genau, richtig. So, Spargel, ich komme gleich mal. Ich gucke mir jetzt einmal kurz an, was Paul da aufgeschrieben hat. Jo. Paul GTR, have a nice day. Sehr schön. Perfekt zum passenden Stream. So. Und die Sonne geht schon wieder unter. Dann können wir gleich erstmal schlafen gehen. Ja, Spargel. Das sieht doch super aus. Das sage ich, faff die dazu und dann kann man das so lassen. Aber von hier sieht es noch nicht so besonders schön aus. Komm mal, von drin. Warte. Aber von drin. Hauptsache, dass ich vom weißen gut aussehe. Das ist mal das Wichtigste. Und die Wand ist noch nicht beleuchtet genug. Da machen könnten wir irgendwie mit Kloster noch hier vorne arbeiten, weißt du? Ich würde ja wieder mit Feuer, aber wenn wir das Wasser so lassen, können wir hier natürlich kein Feuer machen. Kloster und hier rein. Ganz einfach. Darunter ist das natürlich das ganze Zeug, dass wir nur einsammeln gerne. Schöne Quarz, nicht verstanden. Ich gucke mal schnell Kloster. Nee, warte, wir gehen pennen. Dann können wir das gleich mitnehmen, wenn wir zurück sind vom Pen. Wo kann ich mich denn zum Schlafen legen? Auch im Kontrollhäuschen, wo wir, also nicht im Kontrollhäuschen, über der Brücke einfach. Einfach Spargel folgen. Da raus, zweite Etage. Stimmt einen durch, die Leiter hoch. Ja, Gameio Klein. Falls du noch mehr von der Welt sehen möchtest, schau einfach mal auf meinem Kanal auf YouTube DaveTheDaver. Da sind die ganzen Folgen von den Streams immer archiviert sozusagen. Da kannst du mal reinschauen. Irgendwo ist auch eine Folge, die heißt Kleiner Rundgang. Da laufe ich einmal durch die Welt. Das war nicht alles aktuell, aber wie gesagt, wenn du einfach mal nachschauen willst, was dir noch so passiert ist, was wir so gemacht haben, schau einfach mal nach. So, genau. Uh, wir sind murbeln. Jo, Paul, hier ist einfach dann hier unten das Lagerhaus. Hier hast du fast alle Materialien. Im Keller hast du auch noch ein bisschen was. Ja. Du kannst einfach gucken, sonst haben wir eine Baumschule, falls du noch mehr Holz brauchst. Okay, wo darf ich mal, wo gibst du was zu essen? Hier vorne? Ach ja, das ist ganz wichtig. Hier vorne in der Ruhr. Da hast genügend Futter. Ich habe mir schon mal die Hälfte davon ein paar Sachen. Genau. Du kannst ein ganzes Deckbrot nehmen. Genau. Brot haben wir genug. Okay, danke. Ansonsten haben wir auch im Kontrollhaus von Erntemaschine, da ist auch noch Weizen ordentlich dran. Also Brot sollte uns nicht ausgehen. Ich habe immer nebenbei mitgekriegt, weil ich schon viel hier gemacht habe. Ja. Ja, wir haben ja, wir nehmen ja heute sozusagen eine spezielle Folge schon mit auf. 100. 100. Wir wissen nur nicht genau, wann sie genau kommt und deswegen erwähnen wir es. Jetzt können wir den ja mal rauslassen, warum wir die ganze Zeit 100 sagen. Weil irgendwann, irgendwann ist Folge 100 heute in diesem Stream. Wir sind auch schon dran vorbei, ich weiß ja auch nicht. Bis 93, ja kann es schon sein, vielleicht schon 101. Und deswegen erwähnen wir es einfach die ganze Zeit machen. Sehr schön. Geht das jetzt? Geht das jetzt mit dem Glostum? Ja, das sieht super aus. Wir können ja sehen, wie es in der Nacht aussieht. Aber so sieht das auch schon mal super aus. Und dann würde ich sagen, da wir ja keine Feuer mehr haben, können wir den Rack unten raus machen. Ja, den Rack, den Rack auf jeden Fall weg. Ja, ich habe noch Quarzstufen, mach ich das mal Quarzstufe hier. Meine Doppelstufe. Dave the Wanderer. Dave the Wanderer. Hast du ein Glasblock für mich? Jo. Nimm all mein Glas, komm. Nimm mein ganzes Glas. Bitteschön. Ich bin spendabel. Ich hoffe nämlich, dass du einen schönen Tag hast heute. Warte, ich werde zurück. Keine Ahnung. Was hast du einen Platz zum Hinsetzen? Wo habe ich denn einen Platz, um ein Häuschen hinzusetzen? Am besten irgendwo. Warte mal. Wo bist du denn gerade? Weiß ich nicht. Irgend so im rangenen Haus. So, im rangenen Haus. Achso, das ist von Manu. Ja, such dir hier hinten irgendwo einen Platz aus hinter den Häusern oder so, dass ja genügend Fläche noch. Ach, das ist toll. Ich gehe nicht mehr von an, du wirst du, wo bist du denn? Oder gehen in die Nähe von Ali, da wirst du Jay als Nachbar. Hier bin ich Paul, hinter dir. Draxlefan 300, kann ich helfen? Wenn du damit einverstanden bist, dass deine Stimme zugelassen ist und dass deine Stimme auch später in YouTube zu hören ist, dann schreib das mal bitte in den Chat. Dann darfst du gerne hier rein und erkläre ich dir alles weitere. Morgen, Blazy, lang nichts von dir gehört. Wie geht's dir? Erzähl mal. Was machst du gerade Schönes? Alles super, alles toll. Was machst du? Mein Häuschen. Ich komme mal mit. Ich gucke mir das mal an. Hm? Du könntest hier bauen oder deinen auf der Fallenfläche. Ach so, Draxlefan 300. Ich heiße dich, herzlich willkommen im Stream und ich wünsche, dass du wunderschönen Tag hast und wunderschönen Abend. 100. Wie du möchtest. Das sieht ja cool aus. So ein bisschen noch nicht fertig. Hier wird so ein Kronleuchter so ein kleiner reinpassen, aber das ist das Doppelmitte. Das ist kacke. Alter, fette Fernseher. Da gucke ich doch erstmal, was läuft denn hier. Oh, Germany's next top model. Sehr schön. Erstmal hinsetzen. Sieht doch ganz nett aus. Sieht doch geil aus. Hammer. Und jetzt habe ich so einen kleinen Keller gebaut. Du meinst, das Doppelmitte ist das Team? Ja. Ah, richtig. Keller Eingang von außen. Sehr geil. Der Mojo schreibt, so nach der Rechnung müsste die 100. Folge gegen halb zwölf sein. Okay. Halb zwölf erst. 93 Folgen haben wir vorproduziert. Siebte Folge. Ja, es kommt hin, ne? 19 haben wir angefangen. Das kann echt hinkommen. So. Ja, dann willst du ja. Haben wir was zu tun. Hat eine Taschenrechner parat? Ja, bitte komplett ausrechnen. 93 Folgen produziert. Eine Folge geht ungefähr 28 Minuten 30. Wir nehmen seit 19 Uhr auf. Wenn 93, dann so gegen 11. Sagt der Mojo. Okay. Ja, bei mir sind es immer noch viertel 10. Geil. Geil, wa? Sieht echt cool aus. Sieht echt geil aus. Gefällt mir. Respekt, Blazy. Nachbar. Und JR, lohnt sich schon bei dir vorbeizuschauen? Wenn du es findest? Wenn ich es finde. Darf ich schon wieder ein Suchspiel machen, oder was? Schon wieder verstecken. Ja. Oh, dann ist es vorbei. Wir haben heute gleich am Anfang, haben wir direkt am Anfang ein Verstecken gespielt. Du musst sie erst mal alle finden. Oder besser gesagt, du musst einen finden und der nächste musste dann weiter suchen. Wir können mal Fange spielen, oder so. Mensch, so viele Ideen noch. Mit einem Diamantschwert oder Rüstung. Ja. So, hier baut der Paul. Der muss GA sein, Konstrukt, der irgendwo hier in der Nähe sein. Ist nicht allzu schwer. Ich hab's auch gefunden. Ja, weil das ist ja nicht, wo ich hingehangen bin. What the fuck? Hey, du eurer Cheater. Mann, ey, wo ist das?